und herzlich willkommen zu einem weiteren part von der ssb online vor video wollen wir 480 ms machen und wie ihr sehen könnt sind es immer noch dieselben spieler und ich hab nur so einen kleinen städtisch bis jetzt nur einen kill gemacht habe ich habe gedacht wenn also wenn diese soweit sind dass die keiner der spieler abbricht also halt aufhört dann wäre das cool also bis zu 50 das kein aufhört um dann am ende das resultat zu sehen wer am meisten so gewonnen hätte ich cool also muss sagen ja Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 ja sieht es gut aus habe ich mir kurz gemacht und ja ich habe gewonnen das ist gut und wir haben 33 233 platziert cool ich habe fünf kills gemacht wir sehen uns mal wieder